Hast du gerade einen Konflikt in deinem Leben? Dann herzlichen Glückwunsch! Fühlt sich wahrscheinlich gerade nicht wie ein Grund zum Feiern, ich weiß. Aber damit hast du die Chance, wichtige Dinge über dich und dein Gegenüber zu lernen, die dir sonst nicht auffallen würden. Und wenn ihr es schafft, den Konflikt gut durchzuarbeiten, habt ihr eine tolle Vertrauensbasis für die Zukunft geschaffen. Konflikte bringen auch immer Energie mit sich, die sich zwar währenddessen unangenehm anfühlt, aber euch später einen echten Schub geben kann. Konflikte sind auch eine Gelegenheit, um die eigenen Werte zu reflektieren. Werte spielen eine zentrale Rolle für politisches Engagement. Wir setzen uns zum Beispiel für Gerechtigkeit, für Solidarität oder für Toleranz ein. Und nicht immer, aber häufig spielen verletzte Werte in Konflikten eine Rolle. Dabei ist wichtig, Menschen interpretieren Werte unterschiedlich. Was bedeutet es für dich, solidarisch zu sein? Was erwartest du dazu von dir und von anderen? Es kann zum Beispiel sein, dass deine Konfliktpartnerin deinen Wert zwar teilt, aber andere Handlungen daraus ableitet. Konflikte geben uns damit die Möglichkeit, unseren moralischen Kompass abzudaten und klarer zu wissen, was unsere Werte konkret für uns bedeuten. Je nachdem, wie wir uns in Konflikten verhalten, können wir mehr oder weniger gute Lösungen für alle Seiten finden. Du kannst den Konflikt komplett vermeiden. Du kannst versuchen, deine Interessen durchzusetzen oder anderen Interessen nachgeben. Diese drei Optionen in Rot sind nicht per se falsch. Manchmal gibt es gute Gründe dafür, sie anzuwenden. Aber langfristig schaden sie uns oft, weil immer jemand damit unzufrieden ist. Der Königsweg für Konfliktlösungen ist der Konsens. Eine Lösung, mit der alle sehr gut zufrieden sind. Dafür müsst ihr aber auch gut verstehen, worum es euch jeweils eigentlich geht. Wenn ihr euch in der Mitte trefft, habt ihr einen Kompromiss. Manchmal kann das ein sehr gutes Ergebnis sein. Zum Beispiel, wenn ihr bestimmte Ressourcen gerecht aufteilen wollt oder wenn die Zeit zu knapp ist, um noch eine bessere Lösung zu finden. Das sind Jamila und Kim. Sie werden uns durch den Kurs begleiten. Die beiden sind Teil des Prima Klima Kollektivs und geben Workshops und Vorträge zum Thema Klimawandel. Sie arbeiten gerne zusammen und mögen sich, aber manchmal fliegen bei ihnen auch die Fetzen. Im Moment herrscht zum Beispiel wieder dicke Luft. Warum, siehst du im nächsten Video. Vielen Dank.